Und damit ein herzliches Willkommen zur Gewinnspielauflösung. Ja, erstmal ein ganz fettes Dankeschön an alle Leute, die mitgemacht haben. 27 haben genau mitgemacht, 230 Aufrufe und 34 Likes waren das. So kann es doch bei jedem Video laufen. Nun gut, kommen wir jetzt zur Gewinnspielauflösung. 27 haben mitgemacht, wir sind hier schon auf einer Random Org Seite, wie man auch sieht. Ich werde es an einem kleinen Beispiel machen. Und zwar, jeder der mitgemacht hat, hat eine eigene Nummer bekommen. Ohoho, das ist Premium. Und ja, wir werden es so machen hier zum Beispiel. Geben wir einfach mal die 50 ein. Dann generiert ihr hier eine Zahl zwischen 50 und 100. Hier drücken wir mal auf Generate. 71. Hätte jetzt gewonnen, wenn jemand die 71 gehabt hätte, aber das stimmt ja nicht. So, die Zahlen werden wir mal weg machen. So, es haben teilgenommen. Epic Schwitzer HD ist die Nummer 1. Luis Koff 2, Tore Marx 3, Patrick Sandner 4, Xnerx Nux, PvP 5, Slyer Stieghorst 6, Fnatic 7, Amadou Keita oder Keita 8, Oskar 12, 58 LP 9, Efe Pia 10, De Boss 11, Daryl Dixon 12, Snickers 13, Timo Hüttelmann 14, Beo 2 15, Sony 16, Leon Schröder 17. Wir müssen mal nur ein 3-Minuten-Video machen, wenn nicht sogar kürzer. Und selbst dann stören an die Eltern. Das ist doch super Service hier. Egal, wo waren wir stehen geblieben? Leon Schröder 17, Luis Hilbert 18, Alza 19, Erkan Dugroer 20, Vizca Barca Support 21, Lukasius 13, 61 ist die 22, Yalzin Yalzin ist die 23, Clemens Schäfer ist die 24, CoC ist die 25, Schumi Schumacher ist die 26, David Bernhardi ist die 27. So, also 1 bis 27. So, jetzt vorab, wir werden jetzt einen Gewinner auslosen. Vorab werde ich schon mal sagen, also für die, die nicht gewonnen haben, die 26 Verlierer wird es geben. Naja, Verlierer eigentlich nicht. Ich würde sagen, jeder hat was davon und ja, es wird auf gar keinen Fall die letzte Verlosung bleiben. Irgendwann werden wir wahrscheinlich eine nächste Verlosung machen. Ja, darauf könnt ihr euch schon mal freuen und ja, ich werde dann jetzt mal auf Generate drücken und wir werden den Gewinner jetzt auslosen. Dauert extra lange. 4 hat gewonnen. 4 ist Patrick Sandner. Herzlichen Glückwunsch zur Paysafe-Karte. Ich werde dich auf YouTube anschreiben. Also, check mal deine Nachrichten. im Laufe des Tages. Ich werde dir dann die Couch schicken. Herzlichen Glückwunsch für die 10 Euro Paysafe-Karte. Aber ey, ihr seid so geile Fans, wirklich. Das wird auf gar keinen Fall die letzte Verlosung bleiben. Dann würde ich sagen, das war es dann für die Auflösung. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Also, Und ab jetzt,